liebe grüße aus bulgarien was sehen sie hier hier gab es ein loch wir handeln sich um eine straße ja so hier gab es ein loch dieses loch ist repariert worden aber in bulgarien wenn etwas repariert wird wird nicht immer richtig repariert und die straße ist nicht eben deswegen hat jemand hier so mit der farbe mit der spray geschrieben das heißt loch für eul wannen ja das kann man nur in bulgarien sehen deswegen kann ich ihnen empfehlen die eul wanne mit stahlbodenschutz zu schützen und das auto höher zu legen also höher gelegt und gepanzert wird diese karre und so kann man ruhig in bulgarien fahren ja sonst ist ja quasi ein schönes land nicht so schlimm ist es gar nicht sie können viel geld hier sparen sie können sich eine wohnung oder sogar ein haus für ein paar tausend euro kaufen und ja die rente wird ihnen wird euch hier erreichen die rente weil sie ein deutscher sind ich bin bulgari für mich gilt das nicht bulgarische rente sind 100 euro oder sogar weniger ja und die kriegst du erst ab 65 sehr interessant dort gibt es ein haus keine ahnung ob sie das sehen können ein paar tausend euro ein paar tausend euro bulgarien hat sparpotenzial sonst nichts was brauchen sie aber mehr dazu das war es schon bis dann